82, 21, Sunset Boulevard, Hollywood, Kalifornien. Ein neuer Tag, ein neues Leben, ein neues Land. Weiter weg vom Max-Planck-Gymnasium, Göttingen, Theaterplatz 10, in 37, 073, konnte man kaum sein, als meine Mitschüler zum 20. Abiturjubiläum zusammenkamen. Und ich weiß Gott, der Einzige war, der dermaßen zu viel darüber nachgedacht hat. Dass ich psychisch nicht in der Lage war, dort hinzufahren, ja nicht einmal abzusagen, traute ich. Ein trügerisch heiteres Wort meines Therapeuten dafür, Problem Trance. Die Erinnerung ist die einzige Hölle, aus der es keine drinnen gibt. Und an ihr zu rühren, sie zu betreten, sie mit Gegenwart aufzuladen, heißt, eine Krampfung zu reizen.